Zu einer weiteren folge von meint auf der deck auf die b team wieder mit dabei der dashi Ich bin gerade noch dabei die ganzen restlichen dinger hier zu schmelzen habe gerade mal nach dem Nach den zubereitung für diese rowings ab links die man herstellen muss Bucht dann brauchen wir einmal mann drake Es ist recht nicht mehr offen aber ich habe es noch im gedächtnis wir haben nämlich einmal mal ab wir haben sogar 16 Mal weg sieht das ist wunderbar Was dann das Wie hieß dieses ich brauche erstmal gut es letztes mal gemacht hatte I love is lazuli glaube ich Ich habe mir das ist echt scheiße dass die rechts der rechte teilmann ist Weitere moniker bei mir gerade schwarz ist und was brauchte noch haunt genau das ding hier Ich brauchte gerade die crafting station Also gleich aber jetzt auch nicht dann baue ich mir mal schnell was zwischen rein Bitt schon fertig So Ja rechter monitor wer bitte weiß dankeschön ob ich was sehe Wenn ich erst mal wir brauchen nämlich Andrake Was hast du dir gerade gesagt irgendwas mal Irgendwas ja Irgendwas ja Ah es ist mutandes nicht mal dares sondern mutandes Normalerweise ging das auch mit zwei Lapis Lazuli an dieser Stelle hier Vielleicht mal gucken Vielleicht mal gucken Ansonsten kriegen wir das auch so hin Ein Eck Ein Eck Baummehl haben wir noch drin oder muss ich es herstellen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ein Stück haben wir noch drin Na Nur so ein bisschen baummehl herzustellen ist es nie so das problem glaube ich Irgendwärme 163 knochen ist ja auch kein thema Wir machen hier Und dann stellen wir das einfach mal her würde ich sagen zack und nehme ich das Wir drüben Wir drüben Und wir das immer noch nicht herstellen was fehlt hier noch Ach Hint of rebirth ich glaube ich habe was anderes Aber genau ich habe irgendwas mit haunt one das war zu einem anderen zu gebrauchen Das ich jetzt doch andersrum machen muss Die habe ich einfach nur nicht mitgenommen glaube ich ne Ja Davon haben wir nämlich auch ein paar stück davon Warum wird mein rechter monitor nicht weiß Fick nicht monitor das ist doch unfassbar Hat feierabend gemacht Er merkt schon Fautes stück eh Jetzt aber so Aber ein mutant ist weil wir nur einen mandrake root haben Und mandrake root bekommen wir durch das monster mandrake Wenn wir Ach das habe ich auch von noch nicht gehört also keine ahnung Wenn wir Ah jetzt wunderbar jetzt ist es Ja ich höre Erstmal wollte ich eigentlich Jetzt habe ich natürlich den Tab nicht offen mit dem mandrake root Sondern noch was anderes Ja shapecrafting war übrigens gewesen mit zwei lapis lazuli Die ich wahrscheinlich auch hätte benutzen können Davon habe ich dieses rebirth aber nicht dabei gehabt Ist aber auch egal Genau hätte man benutzen können Macht aber nichts Ähm erstmal das mutandes was ich jetzt hergestellt habe Diese acht stück hier Kann man benutzen Indem man Ah hier haben wir ne pflanze Und mit Glück wenn wir jetzt rechts klicken Kommt damit eine andere pflanze raus Uh Glaub ich Oder auch nicht Ah ja doch Oh Gott oh Gott Also wir müssen Gesundheit 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 Ah Danke Machst du mal her Machst wo Deiner farm Was machst du da Äh ich ich transmutiere gerade eine pflanze von Minecraft mit Mutandes Damit wir Rowan Saplings bekommen Wo genau Vor deiner farm Von unserem Haus Hier 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 Dreht dich um Hier 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 Hä Ah Ah wo So Jetzt kann man hier siehst du diesen kleinen Pilz Ja Guck mal da mal ne Rose Oh mein Gott Da haben wir Ember Moss Svitory Weiß nicht Kann man das gebrauchen Ember Moss Bestimmt Mach mal ab Okay Bringt nix Scheiße Jetzt muss ich mir wieder ne neue Ich glaube ne Es geht nur auf normale Meingstoff pflanze mich das auf Gras drücke Mushroom Flower Rowan Sapling Da ist er Ich hab ihn gefunden Da ist er mein Rowan Sapling Oh mein Gott Und den werde ich jetzt anbauen Denn wir brauchen Bäume davon Habe ich noch Knochen mehr dabei Ich hab noch Knochen mehr dabei Funktioniert das? Knochen mehr? Sollte Musst du ein paar öfters mal drauf hauen Ah Tada Jetzt brauchen wir die Saplings hiervon das heißt also wir werden das ganze mal abbauen Hast du die Saplings? Geil Ich hab zwei Stück Drei Drei Vier Wunderbar Fünf Schau mal wieder einen an Ein Sapling Da läuft ein Baum Wo läuft ein Baum? Wo 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 Da Was ist der Ist das der Mandrake? Der End Oh lol Wollen wir die töten? Ja komm Ok auf gehts Aua Ein Tanky oder? Ja der hat auch nicht HP eigentlich aber den kriegen wir Und so machen sie einfach nur zur scheiße Ah jetzt Ah lol Oh nein Oh nein Oh nein Das war ich Das war ich Das war ich Läuft einfach ein Baum rum ich pack's nicht Das ist sehr cool Das ist sehr cool Hey ja Ja so einfach gehts ne Ja so einfach gehts ne Ich weiß nicht Ich hab vergessen was ich mit den Rowan Zapplings machen wollte Irgendeinen Trank Aber ich schon mit der End Ich will mich angreifen du Schwein Ich will mich angreifen du Schwein Ich will mich auch zum End verwandeln War jetzt noch einer da oder was? Mhm gerade gespawnt Der ist auch aggressiv eigentlich Na mir hat er keinen Schaden gemacht irgendwie Ich weiß auch nicht Er hätte nur mich angegriffen Achso Er hätte die ganze Zeit vor allem mich angegriffen gehabt Aber zumindest Endes Was? Weil er in mich reingelaufen ist deswegen Fand ich das ein bisschen verwunderlich Weiß nicht zumindest hat er mich angegriffen gehabt So ich denke mal einen werd ich noch setzen Auf jeden Fall können wir auch so Ja gut Holz können wir so oder so Mach ich leicht Ja Nicht viele Zapplings rausbekommen Aber Wir wissen jetzt wie man also die Dinger herstellt Das ist schön Mhm Ich hab jetzt auch ein End gesehen Und das gleiche können wir mit dem Mandrake Seeds machen Wir haben auch Hab ich die Hab ich sogar dabei Darf ich deine Farm missbrauchen? Wahrscheinlich nicht oder? Nein Mach ich trotzdem mal würde ich sagen Ne mach ich nicht Für was denn? Mandrake Seeds anbauen Ja wieso brauchst du da meine Farm? Weiß ja nicht Weil ich die gerne bauen benutzen würde Weil da schon alles fertig ist und so Achso Ja gut Ein Feld kannst du da haben Ich hab noch ein bisschen was frei momentan Wir haben aber hier hinten das Das ganz abgelegenste Feld Weil hier kommt dann so ein hässliches Vieh raus Nicht das Nicht das das Vieh dann meine Ding hier kaputt macht ne Hoffen wir nicht Probier uns das einfach mal Ich baue die einfach mal alle an Ich kann ja theoretisch auch noch Knochen mehr draufpacken Denn dadurch kriegen wir nur die Mandrake Seeds Die wir gebraucht hatten für dieses Mutandes Weil ich das jetzt auch nicht mehr brauche Schau mal das Mandrake Du bist ja gar nicht mehr hier wa? Bei deiner Farm Nö ich bin gerade zurück Alt Ha ha Lollolololol etc Wie hiero Warum? mich warum wie diese droge weißt du noch als wir uns das erste mal gespritzt haben ja das wie wenn es um mich darum ist dann hast du die ganze zeit diesen modus kommen her ja aber ich kann ja nicht das ist ja richtig creepy aber ich habe mein rekrut bekommen und zwar mein jacks wenn du herkommst dann darfst du das gleiche erleben alter ist das ein hässliches feeling ohne scheiß das gefühl ich bin irgendwie immer noch benebelt sieht alles noch mal so komisch aus ach so du bist hier hinten oder wie achten deine imps lol ja wunderbar und warum baust du auf einmal was aber du machst die drecks aber jetzt ja nicht mehr kommen bitte zu der welt ja warte mal ich komme gleich ich bin unterwegs ach so noch okay doch mir das schon eine coole sache wer lust zu kämpfen hat kommen wir hier hinten ganz hinten weißt du hinten rechts ja bin da ein einziges mandrake nur abbauen ein einziges ganz ganz recht am besten was zum kämpfen was zur hölle du solltest es besiegen das monster ich kann es nicht treffen soll ich dir helfen okay einmal habe ich es getroffen glaube ich ja er hat nur noch ein leben ich habe es mal getötet jetzt sollte sich das gleich wieder beruhigen bei dir sind die verrückt oh mein gott ist anscheinend kein schaden mach mal baum ab da war schön stehen bleiben ich glaube ich habe dich angegriffen sorry oh mein gott ich danke dir das ganze gemacht mit dem mann weg her ja warte mal erst mal zurück für ja mann weg sehr viel und mann weg zieht es bekommen und theoretisch kann man sich die ganze zeit wieder anbauen ist sehr creepy auf jeden fall ja doch leicht und das brauchen wir wobei wir dieses mutants jetzt eigentlich nicht mehr brauchen wir brauchen die mandrakes aber vielleicht später für andere witchery dinge uns als als reserve schon mal hier lassen brauchen wir die rubber trees eigentlich doch ansonsten brauche ich jetzt ab die nerven nämlich ein bisschen von dem haus keine ahnung ob wir die noch brauchen wir haben genug aber ich meine wir werden auch immer aber haben zum anbauen auch rubber seeds ja gut ich mach dir mal weg machst du weg ist okay und eine harte arbeit gewesen früher ja das hat echt nerven gekostet gehabt mich erst mal wir zwei folgen oder ich habe ich weiß nicht wie er ich haben zwei von rumgesucht die scheiße zu finden ja und ich finde es dann aus versehen ja ja aus versehen als ich jetzt in der target cheater natürlich weißt du bis heute nur nicht naja logo alter heftig also wir haben ein gutes ich habe ein gutes ermitteln voll ja Rowanwood mal wieder alles reinpacken hier so was wollte ich denn jetzt eigentlich machen Fakten wollte ich machen genau Rowan sapling genau wunderbar das kann ich jetzt erst mal hier ist der ach wir haben noch fackeln ist natürlich auch sehr schön sehr schön jetzt brauche ich natürlich kohle ne witch's ofen kann man wahrscheinlich nicht mit mit strom betreiben gehe ich mir stark von aus das heißt wir brauchen immer kohle kohle mal fünf stück mit davon na der witch's ofen hat ja kein in der grünen leider nicht ich schütt mal wieder ein bisschen rum hier ey achso Rowan saplings bitte gib mir ach was brauchte ich denn da warum brauchte ich das denn eigentlich keine ahnung ich muss gleich mal gucken was da überhaupt daraus kam also aus der Wut erschienen dieser kleine Trank halt ah ich sollte nicht alle Rowan saplings mitnehmen warte mal ich werde mal ein sapling müssen wir auf jeden fall behalten oder ich behalte mal vier saplings dass wir dann wieder auf der suche sind nach weil es eigentlich egal ist wir haben jetzt genug man drake mal oh man ey witch's ist auf immer schon ein interessantes thema aber ich weiß nicht was ich mitmachen wollte hm du weißt du auch nicht mehr was nö ach nicht genau ich wollte mir die Distillerie bauen ah genau Distillerie weil wir da nämlich für Attuned Stone brauchen und dann kriegt man das Width of Magic das was nämlich jetzt genau da raus kommen sollte ah jetzt weiß ich wieder hast du es wieder Durchblick ich habe hier den Durchblick was bin mittlerweile schon ja wunderbar drei Width of Magic sehr schön vier ok da brauche ich ein paar Clayjars damit wir für später ordentlich ordentlich was haben dann Clay Clayjars brauchen wir ja Softclayjars brauchen wir Clayjars haben wir noch Clayjars glaube ich nicht ne ich bin mir unsicher 15 15 ist nicht unbedingt viel und wie hat man Clayjars noch mal hergestellt? musst du ja noch mal gucken gesammelt dann kann man noch herstellen Slackjars, ok Water Bucket ist aber umständlich war richtig umständlich? ne kannst du vergessen ey war ich nicht ich glaube es kann aber wirklich nur sammeln da ist Clayjars aber wo hat man das ach du es sind Blöcke ne? gab es die Clayjars gab sowas nicht? ja gab es fand man glaube ich immer irgendwie am Rand irgendwie von irgendwas noch nicht mehr von was 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 Clayjars, wo man das fand diese Clayjars eben Wasser fluss im Wasser irgendwie sowas ja schmelzen gestein ich pack den Stein mal in die Kiste wieder rein ja ach ist das schön wenn das alles funktioniert also Mandrake war schon creepy hm brauche ich nicht nochmal nicht? würdest du nicht nochmal kämpfen? ne wir haben noch ein paar viel zu verrückt nochmal nochmal also 6 wolf of magic habe ich schon schick wirklich sehr schick brauche ich glaube ich erstmal nicht mehr damit ich jetzt meinen ein dunestone ja wolf of magic diamant und lava bucket ich meine momentan noch hatte aber alles wieder weggepackt hatte puah dann haben wir eine dunestone das ist doch schön oder? schick schick nicht schön hat ja nur Ewigkeiten genau das herzustellen ach naja wird schon wieder nicht macht mich schon irre her so da haben wir eine dunestone daraus können wir machen hier haben wir noch zwei clay jars zwei gold ingots und ein paar iron heute haben wir auch nicht mehr viel ja ich glaube ich brauche mal einen schönen minenschaft mit meinen minions nach unten mach mal wär mega porno dann kann man nämlich uns mal wieder mal so hinstellen und dann sagen wir mal jetzt zehn blöcke da lang und da lang und höher und dann bauen sie sich nach unten hm genau ist der plan jetzt der plan wo soll ich denn hin machen? jetzt wieder ich mach dann einfach mal irgendwo in der nähe von unserem haus hin naja clay jar fehlt noch ja mach mal huch da haben wir die distillerie endlich mal hat ja auch nur Ewigkeiten gedauert mehr Fische da ist unser nächster witch to retire schon fertig so oh yeah okay wo hab ich denn bucket bitteschön her ich glaube kann das sein dass die kisten unten voll sind aber das ding ist ein bisschen langsamer mit dem einsortieren gerade dirt und so weiter ist auch noch dran doch stimmt das ist mittlerweile durch ein bisschen was genommen worden so ja nochmal höher wir haben hier noch schönes nochmal schön drei wolf of magic sehr schön gut dann kommt die distillerie direkt daneben das ding ok schön dass wir das jetzt haben ist das super jo frage ich jetzt was machst du jetzt damit keine ahnung geil alter da raus wer ist denn da man hast du auch irgendwas gehört ja ich hab grad ein paar blitze rausgehauen wieder mit meinem masterstuff ausversehen Alter hast du mich erschrocken Alter was ist denn wo willst du deine box noch so ausmachen Alter ich hab das richtig gehört oder ist das normal wenn das jemand anders macht scheinbar scheint es normal zu sein weil meine boxen hab ich nicht an ich mach grad hier über Headset dementsprechend hast du von meine blitze gehört weiß ich nicht mehr was machen wir mit der distillerie ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung ich auch nicht Altar können wir uns auch bauen ein Altar ein Altar wo meine voodoo puppen auflegen können geht der richtig krank ab geht der richtig krank ab so meine minions sind erstmal beschäftigt das ist schön sehr schön und sonst noch schönes machen mit Vichery Altar könnte man noch bauen aber das ist glaube ich nicht so das Sinn was ich gerade möchte Statue of the Goodies ein Demon Heart gibt es ja auch noch alter ich möchte so eine Statue bauen bau ich vier Nether Stars ach gottchen wo kriegt man die denn her ok kriegt man so nicht her ich glaube das ist schon wieder ein bisschen zu hart ja ja so ist das was macht man sonst noch bauen ein Toplet Shelf ich habe vier von diesen Etunes so leckt mich am Arsch keine Ahnung was man damit machen kann Pinning Wheel Spurrid Portal also es macht echt Spaß den Minions bei der Arbeit zuzuschauen ich kann mir vorstellen hm haben wir ja schon irgendwelche Emeralds gefunden her ne ne noch nicht einen einzigen anscheinend ein einzigen Emeralds du brauchst nicht Sachen mhm antwort du mir gepfittigst wenn ich keine Antwort hab echt für dich wir haben nur ein Hearthstone Zeppling ich hab doch von irgendwie andere Zepplings glaube ich gefunden gehabt ich möchte mir ein Besen bauen room glaub ich dieses Hearthstone Zeppling hergabe weißt du was noch ne keine Ahnung naja ich glaube aus irgendeinem Zeppling auch ein neues Mandala Ding in Lass uns aber erstmal eine ganz kurze Pause machen denn der Part ist schon wieder rum sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Leute vielen Dank fürs Zuschauen bis dann Ciao Tschüssi